Rasches Einkaufen, leicht gemacht. Das versprechen die Werbemanager der verschiedensten Einkaufszentren. Selbstbedienungsläden sind bereits seine Alltäglichkeit. Aber Selbstbedienungsläden, in denen man auch noch selber tippen kann oder muss, das gibt es erst seit heute in Zürich. In einer Lebensmittelfiliale in Wollishofen wurde eine neue Idee verwirklicht, die ganz entscheidend dazu beitragen soll, die Wartezeit vor den Kassen zu verkürzen. Skeptiker haben diesen Slogan sicher nicht erfunden. Doch Skeptiker gibt es, wenigstens heute noch, auch unter den Kunden. Denn die übliche Methode mit Schlangen stehen, tippen, einpacken und bezahlen wurde trotz der neuen Idee noch recht rege benutzt. Entschuldigung, und dürfen Sie rasch etwas fragen? Haben Sie noch keinen Mut, selber zu tippen? Ich habe keine Zeit mehr, alles zu lange. Ich muss Zeit heim, bin ich jetzt präsent. Doch, aber es gibt auch zu viele Leute im Moment, ich muss präsieren. Ja, heute habe ich keine Zeit, aber wenn ich dann mal ein bisschen mehr Zeit habe, würde ich es dann probieren. Ich habe keine Zeit, jetzt muss ich präsieren. Nur frisch drauf los. Hausfrauen kauft ein, kauft ein. Am Schlangen stehen soll es nicht liegen. Nur achtet gut auf die Preise. Denn jetzt muss man die Preise kennen. Es steht keine helfende, allwissende Hand mehr an der Registrierkasse. Das neue System und die damit verbundene Abkürzung des Kassavorganges wird Ihnen bestimmt sehr bald Spass und Freude bereiten. Das hoffen die Erfinder der neuen Idee. Man nehme in die linke Hand und tippe mit dem rechten Finger. Man tippe oben, man tippe unten. Man achte rechts und links. Gefällt Ihnen das neue System, fragten wir. Sehr angenehm. Sehr angenehm. Es ist schneller gegangen als so. Ja, man muss weniger lange warten. Geht das schneller? Ja, das weiss ich. Also noch nicht. Jetzt macht es so die Scheibe, wenn es noch längsamer geht. Man muss sich zuerst daran gewöhnen. Natürlich geht es schneller. Sie werden es in Zukunft so machen? Ja, natürlich. Ja, ich habe früher an einer Rechnungsmaschine gearbeitet, immer dann ist die Tastatur sowieso leicht. Ich weiss es noch nicht. Es ist wunderbar. Es ist besonders an einer Hausfrau, gibt es Bewusstsein, dass sie auch wieder mal etwas machen kann, wenn sie auch nicht in der Geschäftschaft. Nun wissen wir es. Einkaufen und selber registrieren, ein neuer Sport für die Hausfrau.